Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich werde heute so wie jeden Morgen auf den neuen Fortnite-Shop reagieren. Falls ihr neu seid und nie wieder auch nur einen einzigen neuen Skin verpassen wollt, dann lasst jetzt noch schnell ein kostenloses Abo da. Geht ganz einfach, nur kurz runter scrollen und auf Abonnieren dauert nur eine Sekunde. Also ja, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal an, was heute so Neues in den Shop reinkommt. In wenigen Sekunden updatet sich der Shop schon. Wie immer könnt ihr natürlich auch gerne meinen Credit-Code SNOXY eintragen, wenn ihr mich hier kostenlos unterstützen wollt. Einfach dort SNOXY eintragen, so wie mein Kanal heißt, mit einem kleinen E am Ende dran. Oder einem großen, ist komplett egal, ob man das groß oder klein schreibt. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal, was so Neues in den Shop reinkommt. Let's go! Und, oh, ein neuer Emote. Und die Piraten. Und Powercord ist wieder da. Oh, und der, oh, der Emote ist richtig geil. Hier Leute, diesen Emote kann ich mega, mega empfehlen. Und, oh, sie haben jetzt einfach mal den Sonnensprost nochmal einzeln reingepackt. Fangen wir schnell an. Powercord, ziemlich cooler Skin, kann ich immer noch empfehlen. War mal sehr, sehr selten. Ich finde, die Gitarre ist ein ziemlich geiler Backpack. Alleine wegen dem würde ich mir den Skin auf jeden Fall holen. Haku hat einen ganz coolen Sound. Und, ähm, Stage-Left-Gleiter. Vielleicht ein bisschen teuer, aber das Design geht auf jeden Fall klar. Dann haben wir noch die Tier-Skins drin. Einmal das Schlappohr mit diesem Hasen-Backpack und den Knurrer, glaube ich. Genau, Knurrer mit dem Wolf- oder halt, äh, Hunde-Backpack. Finde ich eigentlich ganz cool. Sie schauen halt mal ein bisschen anders aus als die meisten anderen Skins. Dazu gibt's noch die Hacke und den Gleiter. Erstmal der Gleiter, das Flauschsegel. Und dann noch die Hacke, den Pressluf-Hacker. So hört er sich an. Und, ähm, ja, auch das Design gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir auch wieder die Piraten. Einmal den Seewolf mit diesen beiden Styles. Und dann noch die Seeräuberin, auch mit, genau hier, einem alternativen Style. Joa, gefällt mir auch. Ich hab noch hier die weibliche Variante geholt. Und da gibt's noch die Hacke drin, und zwar den Ankersteuer mit diesem Sound. Joa, hat mich jetzt noch nicht so umgehauen, hab ich mir deswegen nicht gekauft. Kommen wir schon zur rechten Seite des Hotting Shops. Wie immer, wenn euch hier die Deli-Shop-Serie gefällt, lasst mir gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen und supporten. Und dann fangen wir an mit der Waffenexpertin für 1200 V-Works. Mir gefällt der Helm bei der ziemlich gut. Und dann kommen wir schon zum Highlight des heutigen Tages. Und zwar zum neuen Emote Schrittwechsel, heißt der. Und kostet 500 V-Works. Und ich würd' sagen, wir hören uns den auch mal hier direkt an. Okay, joa, gefällt mir. Also, coole Moves. Musik ist ja auch ganz chillig. Den hol ich mir direkt mal. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr den so findet. Ich finde, für 500 V-Works geht das auf jeden Fall klar. Ich werd' euch gleich auch noch den anderen Emote zeigen. Das ist einer der geilsten Emotes überhaupt. Erstmal schnell Sonnenblume. Cooler Skin für 800 V-Works. Auf jeden Fall in Ordnung vom Preis her. Goldgelbe Hacke. Ich find' persönlich, ist ne ziemlich coole Idee. Ich hätt's aber noch geiler gefunden, wenn es ne richtige Spitzhacke gewesen wär. Auf die warte ich noch. Einfach ne komplett goldene Spitzhacke. Schön dünn hier, so dünn wie dieser Stab hier. Und als Spitzhacke. Alter, das wär' meine Favorite-Hacke überhaupt. Der Sound ist doch richtig geil. Also, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wow, die sollte ich mal öfter spielen. Richtig geiler Sound. Und jetzt mein, einer meiner absoluten Lieblings-Emotes. Mal schauen. Vielleicht mach ich das zu meinem Team Snoxy-Emote. Weil ich find' den einfach mega geil. Also, den kann ich wirklich absolut empfehlen. Wenn ihr euch den holt, Leute. Unbedingt mit dem Creator-Code Snoxy. Ihr wisst Bescheid. Für Team Snoxy. Richtig geiler Emote. Ich feier den. Vor allem, weil man sich einfach damit fortbewegen kann. Ihr könnt mit diesem Emote durch die Lobby oder auf der Map rumlaufen. Also, ihr steht nicht still. Und das ist einfach eine der geilsten Sachen dazu. Diese geile Musik. Diese Bewegung. Richtig, richtig cool. Kann ich absolut empfehlen. Und im letzten Sound des heutigen Tages. Den Sonnenspross. Den konnte man ja durch den Bug kostenlos bekommen. Ich hab' ihn mir aber selbst da auch nicht geholt. Weil ich ja auch den anderen Skin schon hatte. Feier den Backpack ja nicht so. 2,5-E-Bucks ist zwar jetzt kein krasser Preis. Aber vom Design spricht er mich einfach jetzt nicht so an. Ähm, jo. Das war's ja schon zum heutigen von der Shop. Wie gesagt, falls ihr hier nie wieder auch nur einen einzigen Skin verpassen wollt. Lasst jetzt noch schnell ein kostenloses Abo da. Einfach kurz runter scrollen. Und auf Abonnieren klicken. Gerne auch diese kleine Glocke daneben anklicken. Dann bekommt ihr nämlich morgens immer eine Benachrichtigung. Was so Neues im Shop drin ist. Lohnt sich also hier die Glocke zu aktivieren. Und, jo. Lass mich sagen, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Trag, wie gesagt, Gennis Snoxy als Creator ein. Und dann jetzt auch schnell die Auflösung vom gestrigen Gewinnspiel. Gestern war ja Tag 10 von 10. Und der Gewinner der 1000 V-Bucks von gestern ist die liebe LeonMonkeyGamerHD. Ich hab die auch schon auf Instagram geschrieben. Wegen deinem Code. Und, ähm, ja. Ich werd auch in Zukunft natürlich weiterhin hier coole Gewinnspiele machen. Durch euren Support mit dem Creator Code Snoxy kann ich das hier überhaupt machen. Also vielen Dank an der Stelle nochmal. Und dann würde ich sagen, hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Habt alle noch einen schönen Tag. Und wir hören uns dann nachher. Bis dahin. Macht's gut unter 3. Tschüss.